Was ist im Rahmen der Antigentests, die der Südtiroler Sanitätsbetrieb durchführt, ist unser Labor versucht, einen neuartigen Test zu implementieren, der sich an eine spezielle Zielgruppe richtet, nämlich Kindern ab drei Jahren. Dieser Test ist sehr viel weniger invasiv und belastend für die Teilnehmer, da es sich um einen sogenannten Speicheltest handelt. Der Test wird von spezialisierten Sanitätsmitarbeitern durchgeführt, die sich natürlich in der Schutzausrüstung präsentieren müssen. Aber in kurz gefasst besteht der Test einfach aus so einem Baumwolltupfer. Der Baumwolltupfer, der wird in den Mund des Kindes gegeben, ohne dabei eben zu kauen und rauf herum zu kauen. Dort wird er ein bis zwei Minuten verbleiben, damit er sich mit Speichel vollsaugt, dann wieder ins Probengefäß eingeführt und zu uns ins Labor zur Analyse gebracht. Und wie war's? Super. Okay, danke dir.